Guck mal, die Leute brauchen immer stundenlang für diesen einen Run, ne? Und guck mal, der Nackte. Das ist Sonic-Musik. Was? Der ist nackt. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm, was wird nicht. Oh Gott, jetzt. Wilderer. Was? Oh man. Ich dachte, das Reh haut ihn noch voll aus dem Maul. Oder so. Also das war ja kein Reh, das war ein Rezellum. Ähm, das ist ein bisschen zu hart, oder? Ein kleines bisschen? Es ist noch Feuerwälle vorm Himmel regnen. Ach, schade. Heule, also. Heule, also. I build a horde of evil snowman. What? What? Und dann hat der Dinosaurier so, Schatz, bitte, leg nicht sofort wieder auf. Weißt du, wie schwer ist es mit diesem kurzen, armen? Schatz? Hallo? Oh, der ist schon wieder. Nimmst du noch auf? Tüt. 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 Ja. What? What? Lost, babe. Düt? Bro? Howard? Eeeh, eeh, eeh, eeh! Moooo! Du罵 Wickel, circ Du Gut er ist weg Du erst weg What? Und du hast die Krücken genommen Pff, war nicht meine Schuld Was? Nochmal Nein Was war denn passiert? Ich hab grad weggeguckt Willst du's wissen? Nein, will ich nicht Dann, nein Doch, komm schon, komm schon Was? Jetzt wollte ich weg, wollte ich mal nass Ach so, ich hab's nicht mal gesehen Pff, Pff, Pff Yes Pff, Pff Jay-ay-ay-o-ay-ay-o-ay-o-ay-o-ay-o-ay-o-ay Selass du meine Katze Oh, sowas für meine Katze Läuft bei ihm! Ach Hunde mit kurzen Beinen Läuft bei ihm? Hm Wie bitte? Wie bitte? Hier ist eine Schildkröte in Braun und drei Streifen für 50 Euro in Langenfeld. Warte mal! Das kommt einfach noch weiter raus. Ahrensburg. Dillingsdorf. Das ist nicht weit entfernt. Oh, über Hamburg. Mal von mir aus, weil ich bin ja erst wieder Richtung Bremen. Mal von mir, was ich für das Appell finde. Hat er sich einfach hinter dem Fernseher? Ja. Läuft bei der Katze? Hm. Die? Ja. Schnucki. 21. Jahrhundert. Internet. Denkst du, ich wusste, wie man sich um eine Katze fliegt, bevor... ... 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 Jana findet Schildkröten langweilig. Warte, ich mach die... So, jetzt kannst du... Ja, lass es aus, lass es aus, sie hört dich. Tja, dann bin ich ja auch langweilig, toll. What? Das war... Wow... Das ist ein Auto, heftiger Wetter. Guck mal das, Männer halten zusammen. Guck mal, er wirft zurück, ne? What? Jetzt kommt da noch ein Bauarbeiter. Und der nächste... Ah, läuft. What? Nein, der trifft nicht. Doch. Will den verarschen? Ähm... Jeder hat so'n Onkel, ne? Nicht so einen. Aber... Lauf bei dem. Warum nicht? Warum doch? Weiß ich nicht. Harold, ich erkenne dich gar nicht wieder. What the fuck? Er denkt, das wär ein Spiegel. Ja, ich weiß. Okay. Meine Babys waren das damals, meine Katzenbabys. Genau so. What? Das sieht zu geil aus. Lauf bei dem. Hast du, äh... Pingülle von Madagascar gesehen? Diesen neuen Movie im Kino? M-m. Lauf bei dem. Guck mal, die entschreit sich und... Lauf bei dem. Oh, Mann. What? Nein. Das ist falsch. Die Katze ist hässlich. Ja, relativ. Come on, girls. Shake it. Hm. Alter. Aber was geht bei denen? Party. Party hard. Hm. Aber... Oh, Mann. Gibt's noch irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe? Oh, bitte lass es. Ah. Ich will nur sicher aufgehen. Deshalb kein Witzschlusser. Er nimmt seine Tastatur mit, und... Warum? Oh, Bitch. Ja, doch, kann man schon. Ja, das kennen wir. Hm. Das kennen wir noch nicht. Auha, du hast auf die Frau mit den Brüsten geklickt. Du Monster. Instinct. Like I've come bow, do you fuck you, bitch? What? I don't know. Ah, cool. Eee...